Angstschüss, weil der Surfer leckt. Okay, so ein Schlafsack jetzt platzieren. Und dann kann erstmal, wenn wir sterben, dann kann erstmal nichts mehr passieren. Also wir können jetzt nichts Wichtiges verlieren oder so. Und das ist ja erstmal schon ein Fortschritt. Jo, hol ich jetzt einfach hier hin. Ist mal gut versteckt. Übel, 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 übel. So, ich brauche jetzt unbedingt Steine, das ist gar nicht ein Problem. Ja, schieß. Oh, wie er mich halt echt noch trifft, ne? Ja, kein Problem. Ja, das bringt alles gute Erfahrungsmoment. Alter! Okay, langsam. Machst du das jetzt langsam bitte? Ich habe noch ein halbes Leben. So, ich muss jetzt unbedingt an Steine kommen, verdammter Mist, ey. Okay, hier ist ein Felsen. Hier ist ein Felsen. Aber ich kriege immer noch Flint, wenn ich mir Axt noch hole, kriege ich dann mehr Steine? Okay, mit Axt kriege ich noch mehr Steine raus. Sehr gut. Gut zu wissen. Weil immer wenn ich das versucht habe, welche aufzuheben, habe ich irgendwie nichts bekommen die ganze Zeit. Keine Ahnung warum. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich muss mir dann erstmal jetzt ein Lagerfeuer machen. Da ist schon wieder so ein scheiß Vieh. Okay, hol mal das Ding noch weg. Machen wir uns erstmal jetzt ein Lagerfeuer. Mein Leben muss auch erstmal wieder voll werden. Das ist immer noch nicht die finale Stelle. Also ich habe eigentlich diesen einen Wasserfall im Sinn. Wo ich mit einem Hirnsturz war. Da würde ich eigentlich gerne meine Basis bauen. Aber jetzt geht es mir eigentlich erstmal ums Überleben. Ich muss erstmal irgendwie, wo ich sicher bin, wenn ich ausgelockt bin. Ich würde gerne mal einloggen und noch leben. Darum geht es mir erstmal. Oh, Level Up. Sehr, sehr nett. Da freue ich mich. So gut, dann das Ding erstmal hier einsetzen. Ja, ich habe was. Ja, ich sollte es aber schon bei meinem Schlafsack machen. Erstmal. Ja, Melo. Lange uns jetzt nichts angreift, ist alles Melo. Okay. So, Holz rein. Fleisch rein. Böse viel Fleisch. Was ist eigentlich besser für die Dinos? Durchgebratenes Fleisch oder Ruhe ist Fleisch? Oder ist das am Ende egal? Das würde mich auch mal interessieren. Warte mal an, bitte. Ich habe nicht mal Beeren oder was? Ich habe da bestimmt Beeren. Ja, aber ich... Ich muss die erstmal rein hier. Lose. Okay, meine Leute, weiter gehts. Und Devillen wollen wir auch noch. Ja, ich mach weiter Hilfe. Ich finde das super mit Hilfe. Ich will mal gucken, weil Meli-Damage klingt auch geil, aber irgendwann haben wir vielleicht auch, ähm, benutzen wir noch mehr Fernkampfwagen. Ab dem Moment ist Meli-Damage nicht mehr so toll. Und Stamina ist halt noch ein Gedanke wert. Also ich würde fast sagen, hey, von Stamina und Fortitude. Das sind so die drei Punkte vielleicht. Movement Speed sind halt nur 2%, glaube ich. Macht nicht 10, sondern 2 nur aus. So, 44 Punkte. Ey, wir können uns echt schon da eine geile Hütte bauen, Leute. Wir können dir das sogar weiß anmalen dann. Was ist denn das hier eigentlich? Also kann man Notizen machen. Toll. Wie gesagt, das muss ich mir da nochmal in Ruhe anschauen. So. Ja, hier gehts. Wir sammeln jetzt erstmal fleißig. Juhu. Juhu. Irgendwie haben wir den Wald schon ganz schön zurückgedrängt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Eigentlich hätte ich ja meine Hütte lieber im Wald dann drin, ne? So, so, so. Wald vor der Lichtung halt, wisst ihr? Ich baue die jetzt hier oben irgendwo in den Wald rein. Und werde auch nicht die Bäume fällen. Damit das hier, damit der Schatten bleibt. Den können wir mal noch mitnehmen. Ich sehe nix. Was zur Hölle? Okay. Ich brauche mal eben noch Holz, damit ich meine Axt reparieren kann. Also wir machen jetzt wirklich nur eine vier mal vier, ähm, also etwa vier Felder Haus. Sehr stabil aber. Und da taue ich dann mein Bett rein. Das machen wir aber auch ein bisschen im Schatten. Das würde ich gerne reparieren. Das würde ich gerne reparieren. Geht nicht. Doch, geht. Juhu. Singschaut auch gleich mal, wenn wir dabei sind. Machen wir es hier. Wollen wir mal hin? Sehr gut. Wollte Schwede. Also fangen wir mal an. Ich wollte ungefähr, irgendwo hier war das gewesen, da war so ein schöner Stein und so auch gleich. Hier. Hier. Hier wollte ich es denn setzen. Das ist aber auch so mitten im Durchgang. Gefällt mir eigentlich auch nicht. Ich mach hier. Das ist schöner. So. 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 Die wollen wir ja in Ruhe lassen. Ich will aber wenigstens die schon mal platzieren neben Tetchmore. Hm. So. Okay. Ohne 1, 2, 3. 3 glaube ich noch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stellt uns einmal zu viel. Kann ich abbrechen? Ich wüsste nicht wie. Na egal. Nicht so schlimm. So. Doorframe braucht man noch. So. So. Und Dach. 1, 2. Oh, noch 2 Dächer. Ich werde so langsam. Hm. Ja. Ich muss das erst mal verbauen weil sonst immer zu voll. Hätten wir. Haben wir den Doorframe schon gemacht? Haben wir. Und zwei Dächer müssen wir noch machen. Und dann würde ich es aber gleich wahrscheinlich noch stabilisieren wollen. Wir müssen sogar sechs Dächer machen. So, in der dritte gleich sind wir da. Wir sehen schon mal langsam. Oh, das ist ja gut. 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 Nein, das ist ja gut. Oh, das ist ja gut. Das ist wahrscheinlich, kann man die effektiver draufsetzen. Die Dächer, hm? Naja. Aber so hat man hier das cool. Ich finde das nicht ganz cool, weil man da nur Regenschutz hat, so terrassenmäßig. Fetzt mir eigentlich. Ich brauche übelst viele. Kann ich das nicht um effektiver hier draufsetzen? So, hier. Das ist besser eigentlich. Ich denke die ganze Zeit... Ne, das bin ich selber, ne? Dass ich an Schritten höre. ... ... ... ... ... ... Der rennt doch wieder ins Wasser. So, jetzt. Weiter läuft der immer geradeaus, glaube ich. Weiter. Das ist gut mit dem Stein, das ist gut. Ist der schon tot? Oder? Der ist nicht tot. Wo ist denn der jetzt hin, alter? Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ist das fies? Da unten ist einer. Ah, du meine Gülle. Warte mal. Wie gehe ich hier so? Der ist ja mit zwölf. Oh! 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 Hey, ich hab' ja kein Fleisch. Okay, kann ich denn erst mal ein paar Bären rein? So, jetzt muss ich doch so ein Schwein bekommen, anders komme ich jetzt nicht am Fleisch. Shit, ey. Aber ich glaube weniger ist manchmal mehr, dann lieber versuchen was gern anderes zu erwischen. Ist das von vorhin, das Vieh? Ich glaube, das ist das von vorhin. So, dass es gegen den Stein rennt, irgendwie, weil es dumm ist. Stirb! Ja! Jetzt haben wir es! Nice! Es gibt... Oh! Scheiße! Moment. Schwer. Alles ist ganz groß. Das ist keine Chance gegen uns selbst. So! Ah, nice, 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 nice! Ganz ruhig. Ha, ha, ha! Angst, Schiss, weil der Server leckt. Aber eigentlich brauchen wir ja mehr Fleisch. Das Ergo mit der Spitze. Heid haben wir so viel. Ha, 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 ha! Das lohnt sich so böse. Nice! So, jetzt müssen wir den, äh... ...den kleinen Dino, den Spucker finden. Hier liegt der. So! Alles klar. Ich hau dem auch noch mal eine Bäre rein. Jo! Woa, woa, woa! Der hat richtig Hunger, der Gude! Ich hab' nur Angst, dass er wieder aufwacht aber... Ne, das ist aber... Der ist doch super bewusstlos gerade. Der ist super bewusstlos. mein wasser schlau ist noch nicht voll kann ich dir das auch einflößen ok da muss es freiwillig essen so wie es aussieht ok jetzt wollen wir noch ein paar bären damit er mehr appetit auf leich hat deswegen ich 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 Vielen Dank.